Willkommen zurück zu League of Legends. Nächstes gehen wir zusammen mit Chantau, Laura und einem Kumpel von Chantau. Hey, du kannst dich auch Namen nennen. Ja, wie heißt du denn? Violet LeLuke. Kannst dich auch Adi nennen. Adi. Ja, oder Faker, Vaker geht auch. Ne, Vaker? Vaker soll ich dich nennen? Verstehe ich nicht. Warum soll ich dich Vaker nennen? Und ich habe heute mal wieder ein bisschen Triad ausgepackt, ein bisschen Adi spielen. Alter, du spielst schon wieder Quinn? Was ist denn los mit dir? Du Möwe. Achso, stimmt ja, jetzt fang ich ja da unten an. Ah, und du bist Faker. Ich kann dir da nicht so ganz innen. Faker, danke dir nicht. So, der hat auch keine Ahnung, wie der Jungle funktioniert, ne? Ja, ja. Das weiß der alles nicht. Das ist ein richtiger Jungle Scrub, ist das. Toplane First Blood. Hast du ein Ward? Ja, ein Spot montieren. Hey, warum hast du dich heftig genommen? Das ist, Laura, wie hieß der Feuer, Aschen, Phönix, Vogel da? Horwix. Horwix. Horwix? Du bist ja echt Horwix, Laura. Hedwix. Nicht Hedwix. Hedwix. Oh, fuck. Oh, DJ, jetzt hat Laura. Hedwix. 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 Ja, Horwix. Horwix ist echt ein Tier. Ne Eule. Ne, ne Möwe. Oh, Kacke. Der hat mich gebatet. Ne, Möwe ist der Dings. Der Gelbe sag ich schon. Der Weiße. Du bist im Flash hinterher geflascht. Laura, du hast mich gebatet? Das sagt die Laura immer. Immer sind die Anna schuld. Ne, Laura. Komm. Ja, Laura. Oh Gott, ey. Das ist extra rausgezogen. Komm jetzt alles schon anders raus, hier auf der Borderlands. Auch deine eigene? Ich hab mein Flash noch. Aber mein Ignite hat schon viel und Flash rausgezogen. Warten einfach hier. Oder auch nicht. Zu sexy. Was? Zu sexy? Alter, Nora, warum? Ja, da wollte ich so weiter, viel weiter liegen. Ich wurde ge-counter-jungled. Aber warum sollst du denn in deren Turm reinspielen? Der wollte ich ja nicht. Warte, ich zeig dir das. Ich wollte ja hier ankommen. Da wärst du im Turm. Nee, 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 da krieg ich nicht direkt die Tauern. Doch, wärst du. Ach, glaub ihr. Ja, anders, aber da hätte ich den schon wieder weglaufen können. Wieder hätt sie nicht vielleicht müssen. Ja, das ist das nicht gesagt. Aber ich hätt auf jeden Fall noch mehr machen können. Ja, du hättest noch mal ein Emote spammen können. Der wärst gestorben. Der hat ernsthaft drei Waffs? Ja, der hat bei mir den Waff gemacht. Der hat jemand nicht gegadet. Wer denn? Vladimir wahrscheinlich. Ach, die haben auch einen Lee Sin A. Gut, dass du jetzt kein guter hast, das schadet dir nicht so viel. Wie hast du denn gesehen, dass der Blue Buff nicht mehr da ist? Weil der schon nicht mehr da war. Wie hast du gerade gesehen? Ich weiß nicht, das ist einfach Intuition. Nein, du kannst das nicht gesehen, aber du nicht so wissen. Darauf wäre, glaub ich, hinaus. Ach so. Wir brauchen ein bisschen länger, um das zu verstehen. Nee, auf so eine Witze geh ich gar nicht ein, Junge. Echt nicht? Das ist aber schade. Ich weiß ja, du gardet nicht, ne? Und dann, dann stirbt er auch noch. Gardet? Du bist ein Tier, oder? Du bist ein Tier, oder? Ein Gott vor dem Herrn, Junge. Meinst du jetzt mich, oder? Nee, ich meinte mich. Oh, okay. Cool. Alter, Chantau! Du bist echt die Inkarnation von Horvix. Ich lebe. Oh. 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 Oder auch nicht. Oh. Wie ich's berechnet hab, mit meinem Rechtschieber an der Seite. Wow. Wie offen. Hat der Flash? Bleibt doch, Laura. Nein, du siehst nicht. Das war witz. Nein, warum? Laura hört auch so was. Warum nicht? Ja, wie, warum denn? Oh mein Gott. Ernsthaft. Warum ist nicht gekommen? Du hättest was sagen können. Ich dachte, du machst das nicht. Ich dachte, wie ich das. Ja, ich hab gesehen, natürlich, da kämpft Battles mit ihm, aber... Ich dachte, du schaffst das locker. Hallo? Den wir schon Faker im Team haben. Ey, da erwarte ich einiges. Ja. Die Battle ist doch verboten, oder? Battled. Äh... Ne. Ich hätt's auch. Ich hätt's auch, glaub ich, auch geschafft, aber ich weiß es nicht. Er hatte halt noch einen Red Waffen, ne? Ne, die hat dich einfach getroffen mit einem Speer. Ja, ja. Und der Speer kam halt noch. Aber das war schon am Ende. Also, die hat den einfach nur gekillsteed. Gestealt, Junge. Gestealt. Rächtiger KS. KS-Noob. Auf lolzumpfg. Dick, Alter. Das geht mit unserer Botlane, ne? Die Botlane ist schon ziemlich Rippung, oder? Ja, Mann. Gut Job, Laura. Da kann ich nix machen. Du bist dort. Warte, ich kann ihn... Ich kann ihm Angst sehen, ja. Angst? Oh, der Lissier ist unten. Hast du noch nen Stack? Ich seh's nicht. Siehst du? Achso, den da hinten. Ich glaub, der ist okay. Ich möchte gerne weg, leider. Warum bätst du denn? Ich kann ja nicht bäten. Wollte jetzt bleiben können eigentlich. Ja, ich weiß, deswegen... Wollte du noch nen Stack hattest. Ja, ich hab doch auch gewartet. Tut mir leid. Aber jetzt verliere ich so viele Minions. Ist nicht gut. Kann ein Bot kommen. Ich komm, Bot. Was ist denn mit dem Schladimir? Wann verliert der denn gegen... Gegen Checks, oder? Komm, Bot, ne? Leute. Ja, ich bin auch nicht mit der Lane gewesen. Ja, ich kann grad nichts machen. Der Partner ist auch wieder da. Aber ich bin da. Sehen ab zu dritt. Bist du dir sicher? Ich hab auch gerade nichts. Ich hab keine Ignite. Ich hab keine Ulti. Oh, lol, der Schild, ey. Komm, lutsch mir doch den Arsch, ey. Das ist doch nicht wahr. Ich werde euch da unten abreißen lassen. Fuck it, ey. Ich hab nicht damit gerechnet, dass der seinen Resonating Strike trifft. Bin ich dem Panzerat um 1 gegen 1? Nein. Stimmt nicht. Na klar, der ist Support. Ach so, okay. Jetzt ist nicht so viel AD Atoms. Oh, den Minion kriegst du? Ja. Den dicken hätt ich mir auch noch mitgenommen. Ja. Ja. Können wir den Buff machen. Wenn du den Red gemacht hast. Ja. Können wir rippen. Rippe! Meinst du, meine sie schaffen den Blue? Ich weiß nicht. Bist doch Faker, oder? Ich meine, Faker sollte den Blue nicht stärker schaffen. Ja, Faker. Also, zumindest den Faker, den ich kenne, der schafft das. Wo? Ich weiß ja nicht, was du für ein Faker bist. Jetzt ist ja auch noch herausgefordert. Der, der fakte Faker. Der falsche. Kommst du Blue? Ich komme. Mein Freund. Kommst du. Ich bin on the run. Zack. Verliebt. Die Niederlage wardet den oberen Busch. Der wird ja so abgeholt, dass der... Nicht hin. Kommt. Oh Gott, ey. Der hat hier überall wardet den. Boah, ich hab Hyping. Das ist so scheiße. So, jetzt hab ich gar nicht gesehen. John Tower, komm. Lob mich mal. Ich hab deine Ulti nicht gesehen. Ja, aber die war voll drauf, war die. Nee, ich hab's ja nicht gesehen, deswegen kann ich auch nicht sagen, dass du voll drauf war. Die war voll drauf. Hat sie gedacht, ne? Aber nicht mit mir. Ich hab mich geübt. Eigentlich kann ich die nächste Wave noch. Geh du back, ich mach die nächste Wave noch. Okay. Weg. Siehst du den grünen Ball? Ja, Mann. Das ist der Ball der Zerstörung. Zerstört alles, was ihm in den Weg kommt. Was hat ein Eckjax? 68 Farm. Mich wohnert es wirklich, wie der Jax den Flatt platt machen kann. Ja, der vielleicht in der Pool einfach so. Und dann lässt er sich ansprechen. Ja, gut, das ist natürlich dumm. Wenn man einfach so pult, dann... ja. Cool. Ja, was ist denn so? Hole, 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 hole. So, ich hab leider keinen Überblick. Warte auf mich. Ich hab keinen... Es könnte den Drake warden. Ich komm. Wir können den Drake gleich machen, wenn wir bei deinen abgelassen haben. Bitte mach den doch nicht alleine. Hä? Ich geh doch nicht rein. Mal drauf. Manchmal machst du sowas. Dann sind immer schon alle tot, wenn ich komm. Ja, aber dann... Der departieren wollte er. Ich will jetzt reingehen. Oh, das war nicht gut getroffen. Oh, das war ärgerlich, dass der da ist. Aber den kriegen nehmen wir. Ich bin unterwegs. Kommst du zu mir? Wo bist du denn? Auf dem Ripper. Woanders. Nein, der hat mich getötet. Na? Guckst du, töte den. Nein, nein. Oh, so ein Totanlies denn sieht anders aus. Diese Nidalee. Wenn sie ihren Speer nicht landen kann, macht sie gar nichts. Das freudige Girl. Die hat einen Bluebub, den würde ich gerne haben. Geht die auf Morello? Ja. Oh. Jetzt hat sie aber einen rausgeklumpelt. Ich. Gehen Drake wahrscheinlich. Die Mitte kannst du holen eventuell, ne? Ja. Ich kann die Charme. Ich kann die Charme. Ja. Ich kann die Charme. Gut. Wäre vielleicht dein Fall gewesen. Wir sind beim Drake. Ich bin tot. Ne. Party Onnes bitte. Ach. Scheiße, die haben gar nicht gezählt. Oh. die ist geflasht nur oder nicht ich meine ich bin auch hinterher geflasht und aber übrigens klose egal ich hab jetzt mein dfg ich finde an dem an der änderung von nieder sieht man erstmal wie stark wirklich früher niederleber dass sie einfach wirklich nur ihren sperr gebraucht hat um einfach der typ stimmt echt immer wieder aber ich habe ich weiß nicht warum der sich eine negatron cloud baut ich meine klar der jackson macht magischen schaden aber ich war sowieso tot ich kann sie im loop machen übrigens aber alleine mache ich den nicht die ist gerade bei meinem red ich komme ich komme ich komme ich komme von oben völlig umsonst gelatscht dieser weg so umsonst der weg wird scheinlich und schwer jackson hat genauso viel fahren wie ich das war richtig bad das war richtig bad gespielt von mir aber ich habe es noch trotzdem überlebt holy shit ey aber der macht übel den schaden mann alter ey der black cleaver und der pack x die jungen junge bei denen ich drauf nicht drauf der reist das weiter dafür dass der support ist hat er aber ordentlich alter junge 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 macht er dich tot ah well well vladimir well well Der Mr. Yami-Masel Wir hätten generell nicht draufgehen sollen, der ist hier zu stark So weggenackt Vor allem, weil der deinen Dings gedocht hat, ne? Äh, Ramm gesprungen, was auch noch mal mit dem Jaja, mit der Ulti hat der gedocht Also nicht meine, Laura ist wahr Ja, genau Deine Ulti kann er irgendwie nicht dodgen Er kann sie mehr oder weniger dodgen Ich bin gleich da Was macht der denn hier, ey, der tritt mich einfach Voll aus dem Bild getreten von Blue Ja, ich komm Hier geht auch Blue Demi-Gott 1 Demi-Gott ist ein kleines Spiel Ist ähnlich wie LOL Ich glaub Demi-Gott war doch auch ein Digimon Echt? Ja Alter, ist der gefilte Frank Gut Ja Gerippt Gerippt Da hat er mich mit seiner Laterne nicht tot prügeln können Ich glaub ich geht nicht Alter Ich geh mit meiner Laterne Die sind jetzt immer noch unten? Ne, die sind jetzt weg Scheiß drauf Pantheon ist immer noch da Meine Güte Der macht aber auch echt einen Schaden, ey Wie kann das denn sein, dass der so strong ist? Laura, ich glaub du musst bot gehen Ich geh doch bot Achso, das sah grad kurz aus, als ob du hoch gehst Hä? Nein Weil du über dem Nein, schon taust Oh Oh Der war nicht tot Hab dich gerettet, lauf Tschüss Easy Hast du kein Assys mehr bekommen? Kein Assys mehr bekommen? Weil die dreist sich halt Ja Ich weiß auch nicht Ich hab ehrlich gesagt gedacht, ich werd von irgendeinem Kacksbär getroffen Du wärst doch von einem Kacksbär getroffen geworden Jaja, ne, ich hab's noch geflasht Du hast geflasht? Ich bin nicht zwischengegangen Ich hab nicht mehr für dich abgefangen Ja Ich bin hierhin gesprungen und dann hier noch hingeflasht Sonst wär ich gestorben Also ich wusste nicht, dass du die Leute machst Deswegen Ah, einfach reingegangen Sonst wär auch der Lieser nicht gestorben No Wo ist denn der Jax, würde ich keinem wissen Ah, schade, Schatara Alter, der macht die aber auch Probleme, ne? Häftig, ey Nein, noch da nicht Er hatte 300 Leben Ach, du hattest 300 Leben Ja, ich hatte 300 Leben Wie hält der denn aus? Äh, ja What the fuck Ey, ich hab dem DFG Charme und deine Ulti und all so'n Scheiß gegeben Wieso überlebt der alles? Wer? Was zum Teufel, man? Wie viel Magieresistenz hat denn der gestackt, der Boy? Wer denn? Seh ich ja jetzt erst, der ließ hin Ey, der hat alles gefressen Mein Charme, DFG Lauras Ultimate Mein Q Alles Oh, okay Ah, du stirbst Ah, schade Ah, das nervt mich gerade auch richtig hart, man Der burstet mich so hart Fuck geil Weißt du, alle von denen? Egal 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 Der hat einfach 155 Magieresistenz, ey Leck mich doch am Arsch Dabei hat der kein bisschen Leben, ey Das ist normalerweise echt ein easy kill Wer? Ja, Jax Geht's gerade mit Jax? Nein Nein, ich rede von Lee Sin Der Jax ist übel gefeadert Das wird ja auch einer der Gründe sein, warum wir das Spiel verlieren können Jax ist immer einer der Gründe, warum man das Spiel verlieren kann Nee Weil der Jax niemals gefeadert ist eigentlich Keine Ahnung, der Champion ist im Early-Game viel zu weak Ja, Spencer, Rappler Komm, ich hab Ult Ich bin jetzt 8er Alter, leck mich doch, ey Weil da noch andere sind Wow Dann wird's abgerissen Boy, das ist übel bad Ja Keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, warum der Typ so stark ist, alter Dieser scheiß Pantheon, der macht so viel Schaden Das ist richtig unnormal Dabei hat der keinen Farm, ne Der hat übel viele Items, obwohl der nur Kills hat Aber gut, der hat auch 8er Cists Ah Toll, leider wahrscheinlich Ja, das hat natürlich auch kein Wunder Und ich, der 2-5 weit Ah, ich kann nichts machen Der hat jetzt einen Zweig Tode richtig reingesackt Okay Der ist tot, der für ihn Hast du noch was, Laura? Ne, jetzt noch nicht Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Ja Du hast doch gesehen Ich hab nur angejumpt und ich hatte Hälfte Leben weg Ja, ja, ich wusste Ja, lass Quinn eine Runde des Pit pushen Ich hab meinen Orgos Komm zu dir alle Wappen ist tot Geht doch einer top, oder? Oh Gott, ey Der Vladimir ist auch echt so richtig brain dead, ey Das ist richtig schlimm Der macht einfach gar nichts, ey Der läuft wie so ein Lemming immer hinter einem her, das ist nicht gut, ey Echt, der wird einfach, der Lee Sin, der Jungler pusht einfach seinen Turm weg Das ist nicht cool Echt überhaupt nicht Schade Ich hab mich gesmited Pantium geht, glaub ich, hoch zu mir Okay, und geflasht, scheiß drauf Ich hätte ihn niemals flashen müssen, der hätte mich getötet, denk ich Ja, glaub ich auch Doch Aber ich dachte mir, was soll's Also ich mein Ich mein, stark ist der ja, keine Frage, ne Aber, dass der mich alleine killt, wovon träumt der? Ich mein, ich hab nicht mal irgendwie Ulti benutzt Aber der wahrscheinlich Aber der Jax kriegen wird's Etian kommt von der Seite noch rein Und zwar zu früh Habt jetzt noch einen Tick, glaub ich, abwarten sollen Ich sterb nicht War nicht zu früh Oh, fuck Oh, fuck Alter Alter Ich glaub, wenn du das hast Hast du das Game gewonnen Du brauchst im Late Game einfach die Insects Und wenn du die nicht kannst, dann bist du am Arsch Ja, aber das Problem ist, wenn ich jemanden von den Insecten, ist jemand von uns tot Nö, eben nicht Außer die Nidalee Ne, der guck mal, der guck mal, der ist einfach nie da Der Nidalee Der ist echt, den kann ich töten Oh Gott, die Nidalee Scheiß, ich bin tot Der Nidalee ist dann Split bestoppt, ne? Na, kannst du's machen Ist geflasht, glaub ich Also wir haben eigentlich, also ich hab auf jeden Fall genug Damage, um selbst den Jax zu bursten Vielleicht nicht instant alleine, aber mit euch definitiv Ich mein, der Typ muss halt auch nichts machen, ne? Ich mein, das ist ein ähnliches Schema wie mit Akkali Du brauchst halt mit Jax einfach nur rechts klicken Nidalee ist da Oh, das war die Nidalee Oh, das war die Nidalee Sobald ich reinspringe, werde ich auf jeden Fall geburstet, das heißt jetzt schon Ich bin da Ich kann kommen Ich hab noch alles Alles dort Was? Uiuiuiui So, ich brauch jetzt ein bisschen Durchdringung Ich hätte den Bildschirm nicht so echt so scheiße einstellen sollen Nicht mehr viel Nicht mehr viel 900 noch Machen wir gleich Drake Naja, gut Wir brauchten eigentlich auch mal einen Drake, aber Ja, wir kommen nicht dazu, wir kommen nicht aus unserer Hälfte raus Das Problem ist halt einzig und allein, dass der Toplaner übel auf den Sack bekommen hat Keine Ahnung Der Jax wurde so fett ohne Gangs, ne? Der Lee Sin war nicht einmal oben Der hat einfach ohne den Lee Sin gewonnen Und das ist einfach eine Sache, die nicht geht Du kannst dir als, als Floating mir gegen Jax verlieren Ich meine, der einzige, was du machen musst, wenn du ein bisschen Brain hast Ist den Counterspell, den Counter Strike von ihm zu poolen So, das war's Danach kann er nichts mehr machen Aber das hat er nie gemacht Der hat einfach wahrscheinlich random gepoolt, um Schaden zu machen Ah, ich brauch noch 500 Mein Blue Buff ist ab Den hätte ich eigentlich gerne mal Ja Ich glaube, der Chantau, der Christian, super stark wird noch Und dann kommt auch zu dir Naja, ich probiere, dass die Toplaner sind damit zu kommen Oder dass die noch zu töten Feuer Ich überlege, können wir Barrel machen, aber dann ist eigentlich der Jax ist da Gut Loll Wenn wir auch den Kogma Willst du denn gestorben, Laura? Der ist doch Schade Aber ich hab ihn noch bekommen Wie bist denn du gestorben, Laura? Ja, der Lithuan hat mich einfach engaged und Ja, aber warum warst du da so weit vorne? Du standst ja hier Ohne Minions, ohne Champions Du standst einfach alleine da rum Das darfst du nicht machen Du bist sonst jetzt im Tod Ich glaube, das können wir uns verändern eigentlich Ich weiß nicht, das können wir eigentlich Das können wir doch gewinnen, aber die Anstrengung überwiegt das irgendwie Ist das mit dir, Chantau? Ne, ich geb nicht auf Ja, da gibt's noch einen Ja, da gibt's noch einen Mit Dolph Guck ich da nicht ran? Ist das schnell für mich? Schade Ich würd nicht gehen, ich würd nicht gehen, ich würd nicht gehen, der killt dich gleich Ups Ah, nicht für Laura Instant Ja Alter, ich hasse solche Leute, die immer lachen spammen, ey Ey wirklich, das ist echt so, als wenn man easy schreiben würde Okay, der Cockpaar, der ist auch ein bisschen lebensmüde, glaube ich Hm, ja, der spielt die ganze Zeit schon so Ich komm bitte Niederle ist da, ne, siehst du, ne Hm Weg, ihr solltet auch aufhauen Näää Warum, versteh ich nicht Was? Die kommt, Niederle kommt hoch Keine Ahnung, wir sind einfach zu greedy Ich weiß nicht, warum der Vladimir und so nochmal dahinter ist Ey, ihr dürft' da, ja, genau Wir sind einfach viel zu greedy Ne, aber auch so, wir sind nicht in der Position zu fighten Wir sind in der Position eigentlich einzelne Leute abzugreifen Ey, selbst Selbst wenn da niemand gekommen wäre, hätte den Dax niemals getötet Nein, nein, hätten wir auch nicht Alter, die macht dich mit deinem Speer die großen Minions tot Wie viel AP hat denn die? Alter, 650, Mann Was zum Geier, ey Problem ist halt, dass die auch einen Support haben, der Schaden macht Das rippt uns gerade so ein bisschen Alter, wir haben ja einen CC, wir haben ja einen Support der CC ausüber Naja, super Das Problem ist, die Bursten einfach egal Naja, eben, die spielen einfach komplett auf Damage Scheiß auf Tank, gehen einfach nur Damage Außer der Pantheon, der hat ein bisschen Leben, weil er alles nicht wie Throzen Mallet geholtert hat Und ich mein, Jax kriegt halt riesiges geschenkt Wir taubieren schnell Also ich versuch's zumindest Aber jede Minute, die die nix machen, ist einfach gut für uns, ne Ich mein, die pushen nicht, die machen gar nix Ich mein, die haben einen offenen Inhibitor Wenn die schlau wären, würden die jetzt einfach mal mitte gehen oder so, ne Der Inhibitor hat die Hälfte Leben Die könnten jetzt eigentlich mal was machen, aber Die machen halt gar nix Ich muss weg Hm, Botlane Das ist der Dingensgrad Hm, der war scheiße, der Flash WOW Ja, der ist Wacht Vielleicht einfach mal Die sind alle low ne, aber keiner ist tot Oh mein Oh was Die überleben alles, wir haben kein bisschen Damage, das ist doch nicht wahr. Nein, wir müssen eigentlich Flodimir machen. Das ist so nervig, ey. Wie gesagt, ich hab keinen Plan, warum der Flodimir gegen den verloren hat, ey. Flodimir dürfte eigentlich später noch stark werden, aber... Ja, aber ganz später, ich mein... Was ist das? Jetzt, genau jetzt. Boah, die sterben halt alle nicht. Stirbt halt keiner. Ja, aber ihr macht doch keinen Schaden. Also, Yoda macht keinen Schaden, Yoda macht keinen Schaden. Ja. Ich mein aber auch, der hatte kein Leben mehr. Naja, aber ihr macht ja trotzdem nichts. Ich hab heute den Niederleer heilt. Ja. Das ist... Den Niederleer... Schreibt gleich in die Kommentare und sehen uns dann nächstes Mal bis dahin. Haut rein!